Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider muss ich Ihnen sagen, dass es zu leichten Verzögerungen kommt. Marco Wagner, du kannst uns mehr dazu sagen, was dort jetzt genau passiert. Ja, es ist folgendes Problem aufgetreten, dass der Boden um einen Millimeter zu hoch ist, auch um 0,3 Grad zu schief und ein kleines Schaubkorn liegt drauf. Das muss jetzt noch gerichtet werden, aber es wird dann danach endlich die richtigen Handschuhe gefunden wurden und der eine sich dann auch geschnolzt hat, weil ihm etwas die Nase läuft, wird es dann bereits bald losgehen. Ich freue mich auf den Kampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es gehört, wir melden uns, sobald es weitergeht. Hallo und guten Abend, meine Damen und Herren. Heute in dieser kurzen Werbesendung wollen wir Ihnen das neue, bessere Bobbycar X380ZGD verkaufen. Es ist das beste Bobbycar, das die Welt je gesehen hat. Mit diesem Bobbycar fährt Ihr kleiner Sohn, Tochter, Oma, Opa, Schwester, zur Cousine ans Ziel seiner Träume. Sog eine Hupe, das ist das. Zum Lenken, zum Draufsitzen, in Rot erhältlich. Wahnsinn, dieses Bobbycar. Schlagen Sie jetzt zu. Viel Spaß noch beim Kampf. Nur jetzt. Schlagen Sie zu. In the red corner. The Bussy Baby. Christine and Drew. Und in the blue corner. The Facebook machine. Marco Wagner. Sie wollen sich fühlen wie zu Hause bei Oma? Kaufen Sie diesen Omis Apfelstrudel. Weihnachtsgeschmack wird im Mund explodieren. Es ist einfach, es ist vegan, es ist zuckerfrei, es ist gesund, es schmeckt köstlich. Genießen Sie es eiskalt oder heiß gemacht. Bitte, kaufen Sie jetzt die Omi. Ding, 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 ding. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute stelle ich Ihnen diesen Elch vor. Es ist ein wunderschönes Weihnachtsprodukt, das auf jedem Kasten perfekt platziert ist. Sehen Sie es sich genau an. So heute sollen Sie nie wieder bekommen. Rufen Sie heute an. Nur noch begrenzte Stücke erhalten. Rufen Sie an. Ding, 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 ding. Da, 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 da. Ding, 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 ding. Sie schlafen nicht gut. Und träumen schlecht. Sie luden ins Bett. Und schnarchen. Dann kaufen Sie sich diesen wunderbaren Bolster. Träume schön. Nur 109 Euro. Schlagen Sie jetzt zu. Ding, ding. Au, au, au. Geh. Stop, stop, stop. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ja! Popmaster! Yay!